Wir sind im Moment auf Hilfe von euch angewiesen. Wir waren schon auf dem Bundesplatz. Wir haben eine extreme Solidarität gespürt. Und zwar von den Politikern wie auch von der ganzen Region und auch überregional. Und das hilft uns extrem in unserem Kampf, dass wir unsere Arbeitsplätze behalten können. Der nächste wichtige Termin ist der 9. November hier in Gerlafingen. Da machen wir eine Solidaritätskundgebung. Und wir sind darauf angewiesen, dass so viele Leute wie möglich kommen. Und ich wäre sehr froh, wie wir alle hier vom Werk, wenn du auch mit Familie und Kindern kommen würdest. Es gibt Essen, es gibt Bier und es wird sicher eine super Sache.